Einen Tag nach der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Regionen hat Russland die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donetsk aufgegeben und damit eine weitere Niederlage gegen die ukrainische Armee eingefahren. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenko. Bereits am frühen Nachmittag hatten uns diese Bilder hier erreicht. Sie sollen zeigen, wie ukrainische Soldaten die Flagge in Lyman hissen und damit posieren. Ukrainische Behörden hatten zuvor von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen. Das wollen wir besprechen. Zugeschaltet aus Moskau ist mir jetzt Christoph Wanner. Christoph, wie muss man denn diesen Abzug und diese strategische Niederlage für die Russen bewerten? Vor allem nur einen Tag nach der Annexion der vier Regionen. Ja, es war tatsächlich so, dass diese Stadt im Bereich Donetsk, also Krasniliman, die vergangenen Tage stark umkämpft war. Heute Morgen hieß es noch, dass die Russen da Verstärkung ranbringen und dass der Ausgang dieser Schlacht noch offen sei. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen und jetzt haben die Russen ihre Truppen aus Krasniliman zurückgezogen, um eben eine Einkesselung zu vermeiden. Das wäre sicherlich noch schlimmer gewesen als das, was ihnen jetzt widerfahren ist. Jetzt ist es wieder eine Blamage, aber eine Einkesselung hätte dazu führen können, dass diese Männer bis zu 5000 Soldaten in Gefangenschaft geraten oder eventuell sogar aufgerieben werden durch die Ukrainer. Also von daher wieder eine taktische Niederlage, wieder eine große Blamage für die russischen Streitkräfte. Und dieses Thema hat jetzt auch Putins Stadthalter in Grozny aufgegriffen, Ramzan Kadyrov, der Chef der Teilrepublik Tschetschenien, und hat den verantwortlichen General, Generaloberst Lapin, aufs Schärfste kritisiert, hat ihn als einen Mann dargestellt, der absolut unfähig sei. Und dann hat Kadyrov noch gesagt, man müsse jetzt entschlossene Maßnahmen ergreifen bis hin zum Einsatz von taktischen Atomwaffen, Atomwaffen mit einer geringen Zerstörungskraft, so Ramzan Kadyrov. Und das ist doch eine sehr, sehr scharfe Rhetorik von diesem mächtigen Mann aus Grozny. Aber Ramzan Kadyrov ist ja trotzdem lediglich das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Kann er sich das überhaupt erlauben, da von einem Einsatz von Nuklearwaffen zu sprechen? Also Ramzan Kadyrov hat unter all diesen Chefs der russischen Teilrepubliken eine absolute Sonderstellung beim russischen Präsidenten. Er ist der mächtigste Gouverneur, wenn du so willst, in der russischen Föderation. Und er gilt als sehr impulsiv und emotional. Und er kann sich das erlauben, so eine Forderung zu stellen. Ihm wird dafür nichts passieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass das Ganze mit dem Kreml-Chef in irgendeiner Form abgesprochen ist. Also zwischen Kadyrov und Wladimir Putin, um auch die Bevölkerung vielleicht an einen bevorstehenden Einsatz von taktischen Atomwaffen schon einmal zu gewöhnen. Zuerst kommt ja häufig die Rhetorik und dann werden Tatsachen geschaffen. All das darf man nicht ausschließen. Also die Situation wird immer brenzliger und mit den zunehmenden Niederlagen der russischen Streitkräfte wird auch ein Einsatz von Massenvernichtungswaffen leider wahrscheinlicher. Christoph, Dankeschön für diese ganz aktuellen Einschätzungen aus Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Wenn ihr in der Suche seid oder sagt, dann 9-4-4-5-4-6-3-5-4-3-3-7-4-4-5-k olar. Wenn ihr mehrden könnt, dann schauen wir mal in die Durchrás. Branchen dich Informationen, würden wir auch dazu auf das spineOUR-4-7ólise 1-4-6-6-4-4-5-3-6-7-3-6. Untertitelung des ZDF, 2020